Musik Hey ihr Lieben, ich wünsche euch allen einen wunderschönen 19. Dezember. Ich hoffe euch geht es gut und vor allem hoffe ich, dass die letzten Tage vor Weihnachten nicht mal allzu stressig für euch werden. Von daher dachte ich mir, quassle ich gar nicht lange, sondern nehme euch einfach mal mit auf meinen kleinen, verschneiten Waldspaziergang und wir genießen einfach mal die Ruhe und die Stille. Prost fest euch allen. Musik Musik Musik